Auf den Wolfgangs! Hibib! Hurra! Wolfgang! Hurra! Hibib! Hurra! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Wolfgang! Happy Birthday to you! Danke! Laura, ganz ganz starke Leistung, für mich eine der besten Spielerinnen heute auf dem Platz. Danke! Du hast dein Team im Spiel gehalten, dass am Ende doch noch ein Sieg heraussprang. Bei uns im World Beat sagt man, erzähl mich mal das Spiel. Wie hast du das denn erlebt im Tor? Also, wenn ich ehrlich bin, ich fand es sehr aufregend. Vor allem die zweite Halbzeit waren wir nochmal richtig motiviert, haben alles gegeben. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn die ganze Mannschaft nochmal alles gibt und dann doch noch den Sieg zu holen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch! Danke! Und zum Teil geht dieser Sieg heute auf deine Kappe, so sehe ich das. Daher Glückwunsch zu einer ganz starken Leistung an dich. Danke! Zu einer Willensleistung ans Team und am Ende zum Sieg zum Heimsieg. Danke schön! Ich danke dir! Feiert es noch anständig, ja? Ja, auf jeden Fall! Danke dir! Lea! Lea! Hallo! Vielen Dank! Lässt du dich heute feiern? Ja, ich lasse mich auf jeden Fall ein bisschen feiern. Aber wir haben schon wieder voll den Fokus aufs nächste Spiel. Jetzt geht es gegen Kasbach, den Absteiger. Das wird natürlich für uns der Härtetest nochmal so ein bisschen. Zeigt uns dann auch, wo wir wirklich stehen. Wir wollen ja oben ein bisschen anklopfen auf jeden Fall in der Saison. Ja. Und wenn ich so weitertreffe, denke ich, haben wir da auch ganz gute Chancen. Auch als Team einfach. Wir haben echt eine gute Moral heute in der zweiten Halbzeit gerade auf den Platz gebracht. Nach so einem Rückstand dann nochmal so die Dinger vorne rein zu hauen. War schon Wahnsinn, ja? Ja, erste Halbzeit sah überhaupt nicht gut aus. In der Abwehr ein Tor war wohl. Der Ball landete ständig bei den Gegnerinnen. Ihr konntet euch kaum befreien. Die haben komplett geschlafen, ja. Und die Torhüterin hat euch im Spiel gehalten. So, und zweite Halbzeit habt ihr den Spieß dann umgedreht. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall in der oberen Tabelle. Ne, wie sagt man, im oberen Tabellendrittel. Das hoffe ich natürlich auch. Sehen wir uns dann wieder in der Tabelle. Ja. Und toi toi toi. Vielen Dank. Ich danke dir. Grüße ans Team. Und lass dir sauer aus heute. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Auf jeden Fall, tschau. Tschau. Fussball. Das war's. So hit me out, while I awake, from the reappear of yesterday. Oh, I'm leaving this old town to find a way. So hit me out, oh hit me out today. Let's go! Oh, as I hold my head, I hold it high. If all we got here is a little time, I'll never give up. I'll never give up again. Let the wind see fly, let it pour till I'm dancing at the doors of heaven and I'm dancing at the doors of heaven and I'll never give up. I'll never give up again. Oh, it's late now to hesitate. And I know it must be right, for I'm all free. Yeah, there's a shadow to the east that's giving chase. Oh, I'm about the promise of the morning. Heaven and I, I'll never give up, I'll never give up again. Oh, I'll never give up, I'll never give up again. Heaven and! Auf geht's! Weiter, weiter! Losi! Komm, Edith! Komm, Edith! Komm, Edith! Gut stehen wir! Hallo, Abir! Luzo, Luzo, ja! Raus! Wir sind auch dabei! Wir sind hinten euch! Ja! Geh mich auf! Lasse es auch wieder auf! Ja, ja! Sehr gut! Melli, Melli, Melli! Ja, 10! Hat er immer nicht die 7, ja? So, passt! Ratsi! Bleib uns hier! Ist auch dabei! Knappse! 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 Jetzt! Ja, gut! Schön, Toni! Knappse! 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 Ja! Sehr gut! Knappse! 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 Ja! Knappse! Knappse! Ja! Danke! Dreh dich! Wir sind durch! Kappa! Ja! Tony! 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 Rast X! Rast X! Okay gut! Hey, da Tony! Komma Rytter! Komma Rytter! Kappa Rytter! Weiter, 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 weiter! Ruhig hinten hoch! Andere Seite! Lassen Ball laufen! Zweite Reihe, komm! Stopp, stopp, stopp! Und wieder! Lassen laufen, Ball! Schön, Annika, sehr gut! Wir sind da reden, jawoll! Lass dabei! Ja! Schick die leer, leg dich! Ach, scheiße, sorry! Weiter, weiter, weiter! Hey! Gut so, gut so! Ja! Super, Nickel! Komm, komm, komm! Schön, Nickel! Macht nichts, Toni, weiter! Alles gut! Zu bald, zu bald, zu bald! Schön, Laura! Gut Balle, gut Balle! Gasse, Laura! Guck mal, helfen nochmal! Geh noch mal, komm! Ehe noch, falsch, und guck! Ruhig, ich weiß nicht! Bleibst du dauerig, ist du nicht so? Komm, Mann! Ja, da steht eine Kasse drin, du kannst dir aber auch da vorstellen, ich mein, da kommen ja wahrscheinlich vier Leute, wär schon mehr. Guck, bitte auf, bitte auf! Jetzt, bitte auf, bitte auf! Erste Platz! Komm, bitte auf! Auf was wir jetzt konzentriert mithelfen! Lecker, 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 lecker! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Gut, ja! 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 So... Ich bin... ... all' Ich bin... Untertitelung. BR 2018 I'll never give up, no I'll never give up again Oh, I'll never give up, I'll never give up again Oh, I'll never give up again Die Linke, die bin gleich. Geh weg, rein davon, dass er sagt, dass er nicht gehen kann. Seite, Seite, komm! Aber er ist nicht mehr vorne weg. Auf geht's. Der muss nicht stören. Geht, geht, geht! Ah, jetzt! Auf geht's. Sieben! Sieben! Da hinter dir! Geh nach rechts! Anziehen! Ja! Lauterlieger! Wollten stören! Geh durch! Geh durch! Geh durch! Geh weg! Geh durch! Geh durch! Geh durch! Geh durch! Geh durch! Geh durch! Wups! Geh durch! Geh, nach hinten! Geh, nachとか! Geh wieder... Geh durch! Geh! Nice! 10, 2, 3, 2, 1! Komm! Husk, du bringe Leute, komm auf geht! Kupp zum Ball! Bring Leute! Ich würde gut hinziehen! Ja! Ja! Ja, ich würde gut hin. Die sind mit Ballen. Ja, halt mit. Ja! Ja! Ja, die sind mit Ballen. Ja, sie sind mit Ballen. Du bist mit Ballen! Ja, die sind mit Ballen! Ja, die sind mit Ballen! Ja! Ja, die sind mit Ballen! Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Die Mama hat jetzt händelt mit dem Ball. Achtung Tor, ja die Mama hat ihn voll gesossen. Ja, sehr schön. Hallo, Sini. Supermama. Supermama. Die Knipserin. Hat die Kreuz das Tor gemacht? Ja. 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 Super. Ja. Supermama. Supermama. Ja. Supermama. Ja. 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 die 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 Ich habe immer wieder geblieben. Vielen Dank. 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 So, jetzt... Schick... 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 ... Schick... 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 ... Schick... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020